Mir ist scheißegal, wer oder was er ist und wie er dieses Problem lösen will. Dress muss gelöst werden. Sir, wir haben ihn. Birdy hatte recht, er ist in Hope, South Dakota. Und Victoria? Ähm, sie ist nicht bei ihm. Okay, macht mal die Ohren auf. Ich gebe grünes Licht für die Operation. Ich will 47 Schädel auf einem Silbertablett serviert. Sir, denken Sie nicht, wir sollten uns zuerst darum kümmern, das Mädchen zurückzuholen? Nein, Jade. Zuerst wird der neutralisiert, der diese Lage zu verantworten hat. Er wird wissen, wo sie ist. Glaub mir. Kriegen wir 47, kriegen wir auch das Mädchen. Wir dürfen auf keinen Fall versagen. Schicken Sie die, die Saints. Sowthankens. Hahahaha! Ha, 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 ha. Ja, ha, 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 ha. Ja, 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 ha, ha, ha. Hat Tyler dir von seinem Plan erzählt? Wir schnappen Dexter die Kleine vor der Nase weg. Und verkaufen sie selbst. Hey, Tyler ist sogar schon mit der Konkurrenz in Kontakt. Wir reden hier über einen sechsstelligen Betrag. Verdammt! Mr. Dexter ist niemand, mit dem man sich anlegen sollte. Hat Tyler dir von seinem Plan erzählt? Wir schnappen Dexter die Kleine vor der Nase weg. Und verkaufen sie selbst. Hey, Tyler ist sogar schon mit der Konkurrenz in Kontakt. Wir reden hier über einen sechsstelligen Betrag. Verdammt! Mr. Dexter ist niemand, mit dem man sich anlegen sollte. So, weiter geht's mit einer neuen Folge. Hitman Absolution. Ich wollte gerade meinen Vergaser reparieren lassen. Da ist die Hebebühne runtergekracht. Hätte Joe fast ein Bein gekostet. Ich war total... Mann, das war echt krass. Oh ja, wahnsinnig krass. Gut, hier hätten wir schon mal unser erstes Mordinstrument. Nämlich die Hebelbühne. Und wir müssen Lennys Jungs eliminieren. Und wer auf Lenny hört, der kann kein besonders intelligenter Mensch sein. Deswegen werden wir seine Jungs leise, elegant und natürlich auch stilvoll aus dem Weg räumen. Und der eine will hier drüben in die Werkstatt gehen. Wir sind hier schon hinter feindlichen Linien. Kontrollpunkt. Habe ich jemals einen Kontrollpunkt gebraucht? Nein. Habe ich jemals ein Messer gebraucht? Nein. Habe ich jemals einen Schrank gebraucht? Ja. Denn Schränke sind wichtig. Okay, die Hebelbühne. Das könnte funktionieren. Das hört sich gut an. Aber hier ist keine. Und wie es scheint, will mein Mann hier nach oben. Deswegen gehen wir hier auch nach oben. Willst du das echt machen, Hal? Ich meine, du machst dir ja echt keine Freunde, wenn du dich mit Lenny und seinen Jungs anlegst. Außerdem, hast du nicht auch so eine Absprache mit denen? Du weißt schon. Die gute alte, ich schau gerade in die andere Richtung Nummer. Die gute alte, ich schau gerade in die andere Richtung Nummer. Jemand sollte mal in Richtung Toilette schauen. Sieht nämlich echt übel aus. Okay, hier kommt jemand. Gas. Keine Ahnung, was es bringt. Ah, warte mal. Wo will der hier hin? Der will zur Toilette. Und wo will der hier hin? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh shit, der Bulle bewegt sich. Der Bulle bewegt sich. Schrank. Die Notlösung Nummer eins. Immer in den Schrank gehen. Ich hab's ja gesagt, der Schrank ist wichtig. Okay, wir warten genau hier. Holen uns den Bullen. Nehmen seine Klamotten. Das ist eine gute Idee. Eine richtig, richtig gute Idee. Alles klar, mein Freund. Hier ist so viel los. So viele Typen. Komm mal her, du. Komm mal her. Hat das jemand gehört? Ganz ruhig, ganz ruhig. Klamotten nehmen. Jetzt aber schnell. Schnell. Komm, nimm sie. Vorsicht. Stufen. Erstmal schön hier mit der Fresse über die Treppe gezogen. Muss wehtun. Warum muss denn immer der Mund offen sein? Erstmal hier den Morgenmief in die Fresse bekommen. Widerlich. Gut. Jetzt bin ich getarnt. Wir haben Gas hier drüben. Der hier. Der hier will wohin? Wo könnte ich den hier wegholen? Der will hier hin. Hier hin zu mir. Gut. Ja, dann gehen wir hier mal. Ah, der will hier drüben rein. Kontrollpunkt. Meinetwegen. Okay, dann warten wir hier. Ich könnte ihn mit der guten alten Klavierseite. Wäre eine Idee, oder? Machen wir so. Machen wir genau so. Ein wenig Geduld, ein bisschen warten und dann holen wir den uns. Okay, pass auf. So machen wir es. Tyler ist die Zentrale. Gavin steht Schmiere und fährt. Mason und ich machen die Drecksarbeit. Und du besorgst uns bei deinem Mann in Sue Falls Pässe. Okay, jetzt oder nie. Warte. Na komm her du. Hat das irgendjemand gesehen? Nein. Hat das irgendjemand gesehen? Der Junge ist einfach so in meine Klavierseite reingesprungen. Ich habe gesagt, Vorsicht. Ich habe meine Seite gespannt, aber er wollte nicht auf mich hören. Diese Teenager. Alle wahnsinnig. Allesamt wahnsinnig. Und jetzt? Oh mein Gott. Was hat er jetzt vor? Er will mit dem Officer Analsex im Schrank praktizieren. Dieses Schwein. Dieses kranke Schwein. Der Mann ist vielleicht Familienvater. Widerlich. Aber ich konnte nichts tun. Ich habe alles versucht. Gut. Ja. Einer weniger. 25.000 Punkte. Und. Wir können uns hier frei bewegen. Das nehme ich. Na mein Freund. Hallo Officer. Guten Tag. Tja. Gut. Wohin nun? Ich meine, ich bin getarnt. Aber. Hm. Na warte mal. Ich würde ganz gerne jemand anderes sein. Deswegen erstmal hier hin. Ja. Der geht hier außen rum. Da komme ich mit. Da bin ich dabei. Dudududu. Dududu. Dududu. Vorsicht, 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 Vorsicht. Der Mann ist gestolpert. Schnell weg, 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 weg. Klamotten nehmen. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt kann ich mich hier ein bisschen besser bewegen Und die Leiche werden wir auch noch los Einfach hier drüben rein Reinstopfen Er war Mechaniker Okay Okay, mal sehen Gut, die anderen reagieren jetzt Der hier Scheint nicht einer aus meiner Firma zu sein Okay, kommen wir hier durch Ich glaube, ich gehe andersrum Ich glaube, ich gehe hier durch Irgendwie der bessere Weg Ach, den kann ich jetzt wiederverwenden Okay Moin Gut Wo ist der Nächste? Der Nächste ist hier vorne Wie es scheint, geht der Hier ins Gebäude rein Aha Aha, 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 aha Also Die Bullen hier sollten jetzt eigentlich cool mit mir sein Da sollte es keine Probleme geben Gehe ich sehr stark davon aus Gut Der geht hier hin Ma'am Radio Ja, geh mal hin Keine Ahnung Ja, ich höre gerne Radio Was? Wer soll hier das Maul halten? Klavierseite Heute bin ich Traditionell unterwegs Einfach traditionell Jo, im Grunde fehlt jetzt nur noch einer Mal sehen, wie wir den Aus dem Weg räumen Na, wenn man schon mal hier ist Wenn die hier mal berühren Wieder wegräumen Gas Hier wäre auch Gas gewesen C4 Ohne Scheiß Hier drüben ist C4 Kann ich C4 vielleicht irgendwie mitnehmen Wäre witzig Aber keiner von denen raucht Ich hätte irgendwas nehmen müssen Keine Ahnung Okay, die Lady ist wieder hier Da muss ich jetzt clever sein Hier durch, hier durch, hier durch Und aufstehen Hey, was liegt an, Mann? Geschlossen für immer Ist kein Problem Wirklich Geht schon in Ordnung Kann ich absolut mit leben Der Laden war beschissen Der Laden war Nee, komm Eine Zumutung Eine absolute Zumutung Oh, 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 oh Warte mal Der hier sieht mich Aber der andere Typ ist irgendwo hier Jetzt Schauen wir mal Hier drüben ist ein Hund Kann ich ihn Vom Hund Zerfleischen lassen Das wäre cool Das wäre cool Ja, ja, ja Moment Moment mal Ist das mein Schwager? Nee Oh, hallo Wie geht's denn so? Dein Schwager Bist du wahnsinnig? Nee, nee, nee Oh, was haben wir hier? Warte mal, warte mal Ähm, hier drüben Unschuldig rumstehen Ah Der geht hier durch Ein Stromkabel Ich nehme das Ding Mach es hier ran Mach es hier ran Und wenn er kommt Zack Erledigt Geile Idee Okay Okay, jetzt brauche ich eigentlich nur noch Geduld Ein bisschen Geduld Und wir protzeln ihn Und dann bin ich durch Dann habe ich alle drei Jungs Aus dem Weg geräumt Und das ohne Probleme Ohne Ohne großen Stress Ohne irgendwie Alles Und wie es scheint Kommt hier auch kein Mechaniker Nee Ich habe hier meine Ruhe Aber ich muss halt noch den Hebel Den müssen wir noch umlegen Ach, der steht da hinten Okay Ja, wir warten mal hier Der wird schon wieder kommen Die laufen ja immer hier ihre festen Wege ab Der wäre Raucher gewesen Ja Gasherd Boom Erledigt Aber die anderen Irgendwie immer wieder gesehen Ohne Kippe Schön Ich bin gespannt Wie viele Punkte mir das bringt Okay, wir warten genau hier Wie jetzt? Okay, okay, okay Einfach warten Noch ein bisschen warten Noch ein bisschen warten Und jetzt Alter Den habe ich gegrillt Oh, das gab Dickpunkte Das gab richtig, richtig Dickpunkte Ja, hier ist was Schlimmes passiert Ja, schick den Krankenwagen her Krankenwagen kannst du vergessen Der Junge ist tot Oh, der wurde gebrotzelt Der wurde hart gebrotzelt Sie haben wirklich einen ziemlich miesen Tag Was? Lacht der Bulli ihn aus? Haben sie eben gerade den Mann ausgelacht Kann ich hier durch? Officer Ich gehöre nämlich hier zur Einrichtung Kann ich hier rein? Dreh dich ja nicht um Dreh dich ja nicht um Ich bin so gut wie weg Na ja, wir können ja nicht alle Okay, wir haben verdammt gut Punkte geholt Hier drüben ist ein Ziel Wieder zwei Kollegen Die sterben müssen Das ist eher weniger gut Denn hier geht die Tarnung nicht mehr Shit, 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 shit Shit Wer sieht mich? Was haben wir hier schön? Das ist ein Hammer Okay, hier ist einer Ich müsste irgendwie elegant hier runter Ich muss nach unten Nach unten Ja, lass los Boah, war das knapp Okay Hat der Mann das gehört? Ich könnte Ich könnte Hier nach oben gehen Was wäre vielleicht ganz gut Wenn ich als Bulle getarnt wäre Ich meine Da will ich eigentlich gar nicht rein Ich wollte eigentlich an die Kante gehen Aber die Frage ist Wie kann ich ihn locken? Okay Kann man hier irgendwas sabotieren? Dass Mir irgendwas bringen würde? Nee Ich versuch's mal so Oh nein Da reagieren zwei Wir scheinen reagieren zwei Der eine Bleibt aber da oben stehen Jetzt oder nie Gut, 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 gut Sehr gut Verkleidung Verkleidung Das wichtigste zuerst Leiche Hoffentlich sieht das niemand Hoffentlich sieht das niemand Okay, dann bin ich los Yo, komm Rein in die Tonne Der Kollege ist doch für die Tonne Gut Gut Das bedeutet Ich Kann wahrscheinlich hier rein Was wäre denn hier Ge- Ah, da ist Strom Okay, da komm ich gar nicht hin Der hier musste weg Wie es scheint Was haben wir hier? Soße Superscharf Okay Hier könnte ich irgendwas sabotieren Gehen wir noch hier hin Lenny Da vorne steht Lenny Wir machen mal das hier Gut, jetzt hab ich hier wahrscheinlich Dunkelheit erzeugt Und jetzt muss ich aber irgendwie hier durch Und die Frage ist, wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin, Leute? Hier drüben ist eine Tür Okay, wo bin ich hier? Der Barbier Barbershop Wo geht's hier hin? Hier ist ein Buller Hier ist ein Schrank Ich müsste selbst Barbier sein Oh Und da bin ich einer Da bin ich einer Ein Barbier Ja, ich bin neu hier Pizza nur für Lenny? Chicaco? Oh Oh Benzin Okay, Lenny Futtert Pizza A la Chicaco Das bedeutet Ein bisschen Gift Wäre doch ganz klug Aber wo bekomme ich Gift Her Ich hab keine Ahnung Aber Ich glaube Ich hab schon irgendeine Idee wieder rausgefunden Und zwar hier unten Die Soße So Haben wir getauscht? Kann ich jetzt das Zeug Auf die Pizza machen? Wäre sowas drin? Hm Nimmt der sich die Soße? Was macht der hier? Raucht der da einer? Da drüben ist nämlich ein Herd Gut, ich könnte hier Das Gas manipulieren Ah Guck mal hier Guck mal hier Der macht hier einen Auf Grillmeister Ich kann mich hier frei bewegen Ja Kann ich mir auch ein Wienerchen nehmen? Hey du Schönling Komm her Komm her Ja, du bist gemeint Leiner Ey, was willst du von mir, Luke? Kranke Sau du Und der hier ist am Pissen Okay Irgendjemand will zum Grill Mason Hey, wie geht's? Mir geht's gut, danke Und dir? Der hat mein Benzin Du bist aber ein unhöfliches Arschloch Der Kollege hat mein Benzin Das könnte was werden Das könnte wirklich was werden Alles klar Ihr stellt es hin Jetzt bin ich gespannt Es wird spannend Freunde Es wird mal wieder spannend Mason Der Grillmeister Hey, diese scharfe Soße ist der Hit Uh Ich Oh Oh Shit Tja Unfälle kommen vor Mies Absolut mies Krankenwagen Kannst du voll vergessen Der eine wurde gegrillt Der andere ist verbrannt Aber wie hole ich den Den nächsten weg? Wie mache ich das? Denn der scheint ja immer da bei der Küche zu bleiben Ich muss ihn irgendwie Die Pizza Aber die Pizza Nee, wie hole ich ihn weg? Der geht immer wieder hier hin Haben wir hier drüben Gas? Ich könnte, wenn ich schnell bin Ihn vielleicht hier töten Ja Womit das arme Schwein das wohl verdient hat Ah, Mist Mist, Mist Hä? Okay, hier warten wir Ist der beste Weg Ich hab sonst keine andere Idee Total irritiert, was? Sobald er wieder hier reingeht Bringen wir ihn um Stopfen ihn hier rein Und dann hätten wir ihn Ich würde sagen Das ist der Trick Weil Raucht der hier? Keine Ahnung Gas Alle verbrennen Alle niederbrennen Sonst irgendwas Interessantes hier? Naja Gas könnte funktionieren Wir müssen halt ein bisschen Geduld haben Warten Beobachten Oh Da drüben ist Lenny Wartet auf den Barbier Das bedeutet Ich könnte dann zu Lenny rüber gehen Und ihn rasieren Ah Jetzt geht er erstmal wieder hier hin Oh, das ist so lästig Komm schon Geh eine Quarzen Ich mein, die hat ne Kippe da oben Hinterm Ohr Also wenn der kein Raucher ist Dann weiß ich's auch nicht Oh Mann Sieh dir das an Wär's wohl heute besser im Bett geblieben, was? So still hier, oder? Totenstille Jungs Mal ein bisschen Stimmung Traurig Was machen die hier? Oh, Titten Irgendein Porno SM-Porno Ein heftiger SM-Porno Komm schon, rauch eine Dann schauen wir so lange den Porno Jetzt rauch doch endlich einer Komm schon, komm schon, komm schon Der raucht keiner Das gibt es nicht Wieso sind die Herde hier? Wenn niemand raucht Na, dann eben so Retro Boah, gab das Punkte? Das gab wahnsinnig viele Punkte Gut, holen wir uns, Lenny Ja, ich hab hier einen Herd Und keiner raucht Hey Lenny, ich bin's Sie, sie, sie sind nicht gerade gesprächig, was? Sie, sie kennen ihren Platz Tja, ähm Das mag ich an Friseuren Oh ja, Lenny Bist du bereit? Extra nass Sie, sie, sie sind nicht gerade gesprächig, was? Sie, sie kennen ihren Platz Tja, ähm Das mag ich an Friseuren Okay, wir haben Lenny Und Lenny ist der Sohn von Dexter Und wir haben richtig viele Punkte War ne geile Mission Direkt rüber zu der nächsten Mission Wie sieht's aus, Doc? Ein Glücksgrip? Genau das ist sie, Sir Sie ist außergewöhnlich Wir haben sie getestet Ihre Zellen wurden modifiziert Durch ein Isotop an ihrer Halskette Es scheint sie zu verjüngen Mit dem richtigen Training Wäre sie stärker und schneller als jedermann Aber ohne die Kette Wird sie schwächer Sie ist mehr als perfekt Das ist bestimmt der Grund, warum die Agency scharf auf sie ist Jackpot! Ha ha! Lenny Lenny wurde entführt Was? Welcher Wichser will mich denn hier verarschen? Oder willst du mich verarschen? Gott verdammt! Ruf Jade an Und sag ihr, wir wollen das Lösegeld Und sag dem Sheriff, ich will meinen Jungen zurück Diesem Scheißperl-Warsling zahle ich auch noch Geld Oh, Mrs. Cooper Sheriff's Büro Sie kann mich helfen Ist für sie Skirky hier, was? Laila, hi Was? Nein! Ja, Gottverdammt! Ist gut, ich komme Bin gleich da Wo ist Victoria? Der tötet mich, wenn ich verrate Und ich tötet dich, wenn du schweigst Oh, bitte! Wir wollten sie doch wieder freilassen Wir wollten doch nur ein bisschen Kohle machen Zum letzten Mal Wo ist Victoria? Nicht aufhören Dad hat gesagt, lass sie mal tanzen! Und wo kann ich den finden? In der Fabrik Am Stadtrand Frag sie sich einfach durch Er kämpfte immer nachts Okay? Gut Du kannst aufhören Das hilft mir weiter Darf ich aus dem Loch raus? Gehen Sie los Bitte Das mit der Nonne war ein Unfall Okay Ehrlich Ehrlich Fahren Sie einfach weg Es gibt keinen Grund Oh Mann Ich habe Ihnen gegeben Was Sie wollten Okay, der Junge ist ganz schön am Ende Er hat die Nonne getötet Er ist ein krankes Schwein Wir sollten ihn auch töten Was haben wir hier drüben? Dynamit? Okay Lenny wurde erledigt Mir ist Zeit, dass wir gehen Ja, war eine sehr kurze Mission Ich würde sagen Wir sehen uns in der nächsten Mission Gebt mir doch eine Bewertung Eine Lenny-hafte Bewertung Und schreibt doch gerne Was Lenny-mäßiges In die Kommentare rein Wie immer Danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Und Tschüss